Liga 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 zurück zu Skyrim University Edition weiter geht's äh wir haben jetzt mal den Auftrag bekommen gut goldenglanz zu besuchen werden wir auch tun ach hier sind wir jetzt ja genau ja genau hier kann man auch rein und raus auf Vito goldenglanz ist nicht ganz so einfach ist dafür ja denken ok mal allein kommen wir hier über die Brücke ich vermute ihr belästigt mich aus gutem Grund äh nein hallo Tag Post ich kenne euch nicht sucht ihr hier in Rifton nach Ärger geht euch das an sagt nichts was ihr bedauern werdet das letzte was die Schwarzdornfamilie braucht ist ein Großmaul das sich in ihre Angelegenheiten einmischt die Schwarzdorns die Schwarzdornfamilie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus ich ich bin Maul ich beobachte die Straßen für sie für Informationen bin ich der richtige Mann aber das kostet euch was Schmutz ja ich bin auch nicht gerade sauber äh Schmutz ja ich bin auch nicht gerade sauber dann seid ihr noch dümmer als ihr ausseht ihr solltet gut auf euch aufpassen ja ja äh kommt her ich will mit euch reden äh Quest über Quest wo die Erzsteigel sind ein Stahlpanzer im Zitter ihr seid es wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen ja wo latscht der hin beim Speichern Ischer ist Ischer Willkommen in Rifton Heimat der Diebesgilde wir sind hier um euch eine Lektion zu erteilen ihr hättet nie herkommen sollen ihr hättet nie herkommen sollen ihr hättet nie herkommen sollen sooo ab für 100 viel ne da ist schon eher was ja kann man auch gut verkaufen wollen wir mal eins nr.2 nein ja dann trakt äh äh ne ist schwer wenn ich so viel mitnehmen wenn ich möchte ja ist schon besser heule hat mir gesagt dass ihr es in die Gilde geschafft habt wenn ihr Informationen braucht redet mit mir habt ihr Neuigkeiten über die dunkle Bruderschaft ich habe nur das Gerücht gehört dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte die dunkle Bruderschaft zu kontaktieren jo er hat hier in Rifton im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt ist dann aber wohl weggelaufen man kann es ihm nicht verübeln ein Fehler und ich nehme euch aus wie einen ja ja es gibt mir ein bisschen schwarzdorns hallo also wir haben Maven die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist sie hat Freunde in hohen Position wenn ihr wisst was ich meine außerdem hat sie Verbindung zur dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde wir können also niemand etwas anhaben denkt daran wenn sie euch einen Auftrag erteilt macht lieber genau das was sie sagt ja mal gucken vielleicht ja ja äh was hab ich jetzt für ah ok hab ich noch offen alles klar so so dann wollen wir mal das ist ein gut goldenglanz das ist das ist ja so eine ja genau mich eine kleine insel komme ich nicht raus geht hier gar nicht ne ne geht gar nicht Mississippi ööööbograf regeln da komm ich nicht rau wo da ist nicht so einfach hier die Quest die ist nicht einfach da kann viel schief gehen Oh. hier noch einhändig 43 nach einer lassen wir alles nicht so viel mitnehmen sieben sie leider alles da einiges da lassen da drüben hallo leute ich komme ich komme ja schon ja doch muss auch sagen die kripp hält sich nicht tut ich bin leid ich will es erst ab 18 eigentlich nicht aber schon gut stahlpfeil kann man mitnehmen mit dem bogen manchmal nicht so viel aber ich viel mehr pfeile hey kollega wo bist du weggepackt ach schade wollte ich noch leer machen ok okay einmal zwischenspeichern nicht verkehrt aber ohne zu kämpfen kann man glaube ich die questie nicht machen also man muss durch kämpfen er müsste nachts er will können seine sich vielleicht entgeht sagt ihnen ihr fängst aber ist ja der magen ist jetzt heilen legen wir rauf gut goldenglanz hat den zeichern ich meine krank krank ein krug ein krug ach wie niedlich soo gegners gegners du 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 müssen nicht alles mitnehmen krank du krank krank o Oh... Ah... Ja! Schön Du hast Knöckin... Wo du steigen? Sehr schön Äh... Oben oder was? Äh... Äh... Wird der Pfeil mich verarschen oder was? Hier soll ich rein... Okay... Na hier rein... Und jetzt Pfeil... Da ist er... Da ist er... Was war das? Hier drüben! Bist du den Waff hier? Halt jetzt endlich still! Das war schon alles? Ihr Gericht, übergebe mich! Hier! Hier! Du wolltest ja wegkriechen! Äh... Ja... Kann man mitnehmen! Kann man machen... Und du noch? Na komm... Ich bin fast überladen! Dann ist da wieder gar nicht bei! Sei mal doch! Äh... Wie komm ich dahin? Da unten? Wie komm ich dahin? Ja... Höch... Hoch... Ah! Hier geht's runter! nein hier ist niemand in den rücken aber das tut doch weh pelz rüstung ja achten schon zu viel noch ein keller schlüssel schauen wir doch gleich mal eben ob sie abends sein vielleicht nur 16 schmuck wie ich nix bilder menschen mit 38 12 gewicht aber auch nur hinschen zähle 28 30 die hier mit acht jahr ja 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 mal die weg bei stadt reicht so wird natürlich war wieder klar natürlich nach links gedreht gold sehr schön gar nichts wissen da die hier die hier im für was wofür bist du denn ja endlich hier bin ich hier dachte ich werde dafür bezahlen was ich so weit aber mein gott und schon erfolgreich überladen hier ist gar nix hier ist nichts weiter links halten weil ich noch nicht ich weiß nicht ist noch unter gar nix und da hat jetzt riso und gold mein geld in gold wenn wir schluss knacken experte ja noch mal auch wieder ja ist ja gut einfach das ist ganz schnell wo es nicht noch die drei bühne stücke benichten verbrennen gut gucken was wir finden noch tiefer ich sehe mich gar nicht außer ratten das geber schwänze ja aber ich nicht mitnehmen aber egal hat jetzt auch ja schön sehr schön mein Gott, ich bin doch zum Knöcken hier äh 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 die Funde mein Gott kann das kann das doch nicht sein endlich 62 Gold Schlossknackung 26 schon äh 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 verbrennt da jetzt schön gute Zeit aber nur ach äh 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 ... ... ich alles geplant von mir da ist nix, geh mal hier lang war mal glaube ich schon, ne? so, ein Gitter und? nix beschlossen oder nicht? ok, gehen wir nicht mal durch äh, ah! mal raus hier müssen noch die drei Bienenstöcke verbrennen ok du-du-du oben hier komm ich da rauf geht doch aber wo sind die drei Bienenstöcke? da sinds doch schon hä? ach, mit einer Fackel natürlich, ne? die ich nicht hab ha 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 oder hab ich eine Fackel bei? glaube ich nicht, ne? Hapfen kleine Beile ey kleidung so packel lass mal rein ausrüsten So, jetzt kann man das wieder wegpacken. Aber wieder Magie, er ist mir blöd, Geherstellung, Heilung, zack. Ich bin voll. Und wieder... Wird auch nix. Okay, gehen wir zurück nach Rifton. Rifton. Hm. Da hab ich zu viele Tränke. Ne, paar Tränkepoko. So. 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 achte immer sehr viel gelten nach 24 bringt es eine klinik noch was zu verkaufen außen die offensichtlich drei stück verkaufen zu prüfen warten 48 stunden warten nicht mehr machen wir noch die sachen verkaufen machen wir essen zeitig es dauert immer warum 48 warum nicht 24 egal ich habe auch noch waren dabei für mich sind es schätze ich habe dann noch hier waren auch ganz schön viel ohne waren eh gewicht 1 jetzt aber stärker das ist resistent oweg agica alle zwölf weg gewann zeit jeder kunst will ich sie gucken alles normal dann heilung schermützlos leicht russlug verstärkt weg weg ist schon besser aus ich nicht wirklich viel ja 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 so gucken wie viel gewicht haben wir jetzt noch und bleiben wir frei ist was ist was noch sport 68 track lösst in lixi feiert weil sich bei 0 ist 0 10 auch ich bin wieder neu besorgen ja ja ist ja gut so und speichern auch noch eben schnell das war es dann auch für heute wieder sie muss die nächsten folge zu skyrim ein schönes